Du spürst lange Jahre in Zelten, gefangen zwischen Welten, kein Tropfen im Glas. Europa, was ist das? Wo bist du, Europa, wenn an deinen Küsten Menschen stranden? Keiner scheint imstande, was zu tun. Wo bist du, Europa, wenn das Menschenrecht am Boden liegt? Geflohen vor dem Krieg und was nun? Wir sehen Moya brennen, die Menschen, sie rennen. Doch die Flucht wird verwehrt, die Straße gesperrt. Wohin sollen sie sich wenden? In ihren leeren Händen, Kinder, Tränen und Gas. Europa, was ist das? Wo bist du, Europa, wenn an deinen Küsten Menschen stranden? Keiner scheint imstande, was zu tun. Wo bist du, Europa, wenn das Menschenrecht am Boden liegt? Geflohen vor dem Krieg und was nun? Wir können nicht länger warten. Die Zeit, die sie nicht haben, wird verspielt mit Politik. Wie wär's, wenn man was ausprobiert, bevor man ewig diskutiert? Willst du an ihrer Stelle sein? Ich denke, nein. Wo bist du, Europa, wenn an deinen Küsten Menschen stranden? Keiner scheint imstande, was zu tun. Wo bist du, Europa, wenn das Menschenrecht am Boden liegt? Geflohen vor dem Krieg und was nun? Wo bist du, Europa? Keiner scheint imstande, was zu tun. Wo bist du, Europa, wenn das Menschenrecht am Boden liegt? Geflohen vor dem Krieg und was nun? Und was nun?